Ho ho ho, jibbi! Schau mal, so schön war das Kursbuch. Magnus, der Verräter. Jetzt wollen wir da natürlich in den Siebner. Nein, in den Achter natürlich. Schau mal, Beckett, Russell, Wittgenstein, Thuring, Claude Levi-Strauss. Wow. Absicht. Kursbücher schreiben keine Richtungen vor. Sie geben Verbindungen an. Und sie gelten so lange wie diese Verbindungen. So versteht sich die Zeitschrift, ihre Aktualität. Puh, wenn die Internet erklären würden. Wow. Der letzte Dienstag im Monat widmet sich Community Care und Transitional Journalism und ist in einem Streit beendet worden. Aber das wusste ich nicht. Das da. Also das baue ich jetzt hier noch ein. Definition Smart Setting. Arbeit am VE, Visual Editor für Fabrikator und Community Care. Das sind die drei. Das sind die Kernelemente. Wow. Und jetzt nochmal Max Frisch, Erinnerungen an Bert Brecht. Man weiss nie, was eines Tages von uns verlangt wird. Plötzlich heisst es, wir lernen das Falsche. Man muss die Leute nicht im Unklaren lassen. Wir sind Seiltänzer. Wir brauchen das Seil, um darauf zu tanzen. Sonst verwenden sie das Seil plötzlich, um jemand dran aufzuhängen. Und vielleicht noch, das Vergnügen besteht darin, die Welt als veränderbar zu zeigen. Wir brauchen das Doa und Mitatoren. Wir brauchen das Goldeneutschen. Wir brauchen das Pkko 3 und 05 freely.